Die Truppen der Ratte greifen an! Ich bin zur Stelle! Bin zur Stelle! In Bewegung! Das Volk lässt euch hochleben, euer Gnaden! Ich bin zur Stelle! Ja! Rücken aus! Womit kann ich dienen? Könnte tatsächlich ganz gut ausgehen, so. Mit dem erhöhten Angriffsschaden. Vielleicht brauche ich auch tatsächlich noch so'n Ding. Das Volk glaubt, ihr seid von äußerst gutem Wesensseil. Das Volk glaubt, ihr seid von äußerst gutem Wesensseil. Schiebt sie weg! Könnte auch was ganz Verrücktes machen. Kurzzeitig einfach mal zumachen, aber dann greifen sie wahrscheinlich hier an. Und dann wieder aufmachen. Weg mit den Leitern! Auch wenn sie sich jetzt auflösen, ist das mir egal. Nennt euren Wunsch! Äh... Macht das bitte mal zu! Schiebt sie weg! Ah, da hinten kommen sie gleich rein. Ja bitte! Und weiter fliegt er! Unsere Kühe werden von einer eigenartigen Krankheit dahingestreckt, mein Gott! Ihr könnt auf uns zählen! Lasst sie durchkommen! Die kommen hier unten nicht durch. Selbst wenn, ein König werden sie nicht shoppen. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Ratte auf dem Weg in diese Richtung. Ja, jetzt kommt doch endlich mal alle hoch. Da kommt ja immer noch welche. Sehr wohl, mein Herr! Oh, das nervt! Wenn die so lange rumdümpeln! Allzeit bereit! Die Bolt hat Stand gehalten! Mogenschätzen bereit! Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, mein Gott! Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin! Die Truppen der Ratte greifen an! Bin zur Stelle! Mein Bogen ist euer! Irgendwas muss ich doch noch verkaufen können! Ich bin zur Stelle! Mein Herr! Sind auf dem Weg! Eure Lordschaft! Ihr habt seit Tagen nicht geruht! Ich verstehe das Problem nicht! Weg mit den Leitern! Ich habe da so eine alchemistische Zutat entdeckt! Die nennt sich Koffein enthalten in Energydrinks! Da fliegt er! Eure Befehle? Pfeile bereit! Ich bin zur Stelle! Bin zur Stelle! Bin zur Stelle! Bogen gespannt! Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Ratte auf dem Weg in diese Richtung! Ich habe nämlich keinen Bock, dass die alles kaputt machen! Wir haben den feindlichen Angriff überlebt! Womit kann ich dienen? Nennt euren Wunsch! Speichern wir mal! Und speichern! Wie haben wir denn entwickelt? Die Truppen der Ratte greifen an! Ich bin zur Stelle! Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire! Wo sind meine... Ja! Ich glaube ich habe einen verloren! Ja, bitte! Unsere Kühe werden von einer eigenartigen Krankheit dahingestreckt! Ach, ist egal! Wir rücken aus! Wohin gehen wir? Bin zur Stelle! Bogenschützen bereit! Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, my lord! Ich würde sagen, ich nehme Bier, aber nein! Ich fange schon mal an mit braun! Obwohl ich glaube, wenn ich anfange zu braun, dann werden bestimmte Sachen getriggert! Zum Beispiel Feuer! Das würde ich lieber sparen, bis ich eine gewisse Menge habe! Ah, schießt da drauf! Das ist okay, das werde ich reparieren! Weg mit den Leitern! Seid bereit! Schiebt sie weg! Da fliegt er! Weg mit den Leitern! Weg mit den Leitern! Ich brauche mehr von denen! Kommt jetzt, hoffe ich nicht, noch ein stärkere danach! entlegene dörfer sahen eine truppe der ratte auf dem weg in diese richtung ärgerlich hat er eigentlich gar kein leben mehr mein bogen ist ja klar hier mal welche abwandeln kann nicht dienen geht er ist auch tot der feind ist bezwungen da ist noch einer die truppen der ratte greifen an warum darf ich nicht bauen ich habe mir ein bisschen holz ok jetzt kommen wir die kleineren bin zur stelle mein herr schaukelt sich bis zu einem gewissen punkt hoch und dann wird es wieder weniger welch vergreifen an meiler wo bestimmt irgendein von denen komm lass dir doch das lass dir doch das wild reinbringen nennt euren wunsch eure beliebtheit steigt man sieht aber ihre priorität die burg hat stand gehalten keine veränderung in der schatzkammer das volk entlegene dörfer sahen eine truppe der ratte auf dem weg in diese richtung eine botschaft der ratte womit habe ich das verdient ich hätte euch vernichten sollen unsere kühe werden von einer eigenartigen krankheit dahin gestreckt mein ort das ist echt übel die truppen der ratte greifen an die haben die sind schon am angriffen bin zur stelle bin zur stelle rücken aus ja bitte sind auf dem weg bogenschützen bereit ihr werdet als der gütigste mann des gesamten kündigste mann des jäger welch vergreifen an meiler keine ahnung wo das bestimmt unsere jäger schon wieder anders kann ich mir das echt nicht erklären okay die normalen angriffe sind gar kein problem mehr wenn man eine gewisse bogenschützenanzahl erreicht hat dann überlebt läuft das entlegene dörfer sahen eine truppe der ratte auf dem weg in diese richtung passt ihr werdet als der gütigste mann des gesamten königreichs verehrt euer gnaden bin zur stelle die truppen der ratte greifen an in bewegung steigert sie jetzt wieder hoch bis zu den katapult sachen und dann ich werde aber bald anfangen mit bier und mit brot weil wenn die hier ein bisschen platz schaffen wenn ich mit mit brot anfangen das schaffst du juhu ja ihr habt nicht wirklich die chance unsere kühe werden von einer eigenartigen krankheit dahin gestreckt mein lord bin zur stelle mein herr rücken aus naja ein bisschen bse hat noch keinem geschadet es ruhig das fleisch der toten tiere entlegene dörfer sahen eine truppe der ratte auf dem weg in diese richtung eure befehle sind auf dem weg gab tatsächlich probleme mit nicht kryptosporidien was waren sie für sporen milzbrand weil die bauern das fleisch der verendeten tiere gegessen haben weil sie halt nicht viel hatten sie haben sich mit milzbrand infiziert die truppen der ratte greifen an bin zur stelle bin zur stelle in bewegung baumeister dabei und speichern hauptsache ihr macht erst mal weiter das ist tatsächlich das wichtigste natürlich hopfen sammeln auch aber ich warte jetzt bis ich 100 hopfen ab dann fange ich mit dem bier frauen an und dann war es das eigentlich irgendwas sagt mir dass was schlimm ist passiert wenn ich damit anfange dass irgendwas getriggert wird schießt die baumeister ab wenn es geht aber sie gut aus merkt deutlich dass ich mehr angriffskraft habe mit die ganzen bogenschütze das hier sieht gut aus ja die werden gut weggeschossen bin zur stelle entlegene dörfer sahen eine truppe der ratte auf dem weg in diese richtung die truppe der ratte greifen an bin zur stelle es werden rekruten benötigt sei bin zur stelle bogenschützenbereit unsere kühe werden von einer eigenartigen krankheit dahin gestreckt mein lort kann der karten nicht viel machen könnten wir noch ganz nur holen bin zur stelle mein bogen ist hier sondern auch noch ein bisschen verteidigen von dem fall dass doch mal jemand durchkommt ja die haben jetzt eigentlich keine chance mehr ich würde jetzt gerne mit weizen anfangen die burg hat stand gehalten das hinter zweifel hackt mehr entlegene dörfer sahen eine truppe der ratte auf dem weg in diese richtung da warte ich jetzt aber trotzdem mal bis ein bisschen was weg ist noch es sind nicht genügend arbeiter vorhanden um das gebäude zu verwalten es sind nicht genügend arbeiter vorhanden um das gebäude zu verwalten auch das passt schon es die truppe der ratte greifen an es die truppe der ratte greifen an ok es sind nicht genügend arbeiter vorhanden um das gebäude zu verwalten doch sind es ja erste mehr damit müsste auch die ersten backwaren kommen das ist noch kein starker einköpende wir haben den feindlichen angriff überlebt es sind nicht genügend arbeiter vorhanden um das gebäude zu verwalten doch passt alles entlegene dörfer sahen eine truppe der ratte auf dem weg in diese richtung unsere lebensmittel vorräte schwinden dahin euer gnaden wird jetzt besser jetzt kommt jetzt kommt brot dazu unsere kühe werden von einer eigenen so lange käse und brot habe ich ohne käse und habe dann natürlich noch und vielleicht auch noch dazu kommt dann habe ich sogar noch ein fluss von beliebtheit ich habe sogar ein fluss von beliebtheit ich habe sogar ein fluss von beliebtheit ja ich glaube das werde ich jetzt ganz gut hinkriegen kann ich noch schneller machen bin zur stelle eure befehle sind auf dem weg da habe ich gesagt die können eigentlich weg da spare ich mir die arbeiter unsere lebensmittel vorräte schwinden dahin euer gnaden das sieht nicht so aus bin zur stelle bin zur stelle in bewegung sind auch noch welche drauf sind sie da eigentlich ihr wollt doch schon angreifen oder hier kommt auch das erste entlegene dörfer oder sammeln die sich jetzt etwa rücken aus ich glaube die sammeln sich gerade steuern habe ich noch das volk hat eine hohe meinung von euch mein lord wir verlieren ein bisschen gold euer gnaden unsere lebensmittel vorräte wachsen seien euer brot kommt gut rein die truppen der ratte greifen an bin zur stelle bogenschützen bereit sind auf dem weg greift ihr jetzt an ich hoffe ihr kommt nicht alle mit einmal das wäre sehr hässlich ich hoffe ihr kommt nicht alle mit einmal das wäre sehr hässlich die müller sind tatsächlich nicht schnell genug ok alles zu brauern Das finde ich echt merkwürdig. Unsere Kühe werden von einer eigenartigen Krankheit dahingestreckt, Milo. Eine Botschaft von eurem Informant. Ich wusste es. Es fängt Feuer an. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Ratte auf dem Weg in diese Richtung. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Die Truppen der Ratte greifen an. Nee, nicht wirklich. Die Bläden bleiben einfach da stehen. Scheint denen zu reichen. Bin zur Stelle. Es gab bestimmt mal Einsparungen. Jetzt haben sie keinen Bock mehr zu kämpfen. Darf ich eigentlich auch? Ah, ich hätte ihn da gebauen. Okay. Bin zur Stelle. 15 haben wir schon. Ich glaube auch, die negative Effekte werden jetzt immer schlimmer. Bin zur Stelle. Mein Bogen ist teuer. Ich habe halt echt Schiss, dass die jetzt sich sammeln. Oh, da habe ich aber viel. Eigenartig ist, alle Apfelbäume haben ihre Früchte verloren. Das ist das Werk von Hexen, mein Lord. Ich sage, du bist eine Hexe und wir verbrennen dich gleich. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Ratte auf dem Weg in diese Richtung. Unsere Goldvorräte wachsen stetig sein. Die Truppen der Ratte greifen an. Ihr werdet als der gütigste Mann des gesamten Königreichs werden. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Oh, 1 Stunde 30. Unsere Kühe werden von einer eigenartigen Krankheit dahin bestätigt, mein Lord. Wenn die angreifen, könnten die mich überrennen. Aber ich glaube, die greifen gar nicht an. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Unsere Schatzkammer lehrt sich. 32 haben wir schon. Bin zur Stelle. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Ratte auf dem Weg in diese Richtung. Eure Befehle? Eure Beliebtheit steigt. Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. Die Truppen der Ratte greifen an. Es werden Rekruten benötigt sein. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Ah ja, die Hälfte haben wir fast. Das mache ich jetzt auch fertig. Der Verletzer war zu gut. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Ja. In Bewegung. Aber wir hatten eh keine Probleme mehr, die abzuwehren. Und daher finde ich das jetzt tatsächlich okay. Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. Bogenschützen bereit. Rücken aus. Ja, noch mehr Feuerkraft. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Ratte auf dem Weg in diese Richtung. Ich würde mich... Also wenn die wirklich zum Schluss angreifen. Mittlerweile könnte ich tatsächlich genug haben, um das abzuwehren. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Das Volk huldigt euch, Sire. Die Truppen der Ratte greifen an. Das Volk hat eine hohe Meinung für euch, mein Lord. Das Volk hat eine hohe Meinung für euch, mein Lord. Was? Hä? Wieso? Wieso werden die plötzlich als Feinde angesehen? Das Spiel ist hier an der Stelle total verpackt. Die haben gerade tatsächlich die als Feinde angesehen. So. Der arbeitet hoffentlich weiter. Die alte Bessie verhält sich ein bisschen komisch. Heil mal ein bisschen. Heil mal ein bisschen. Die alte Bessie verhält sich ein bisschen komisch. Es ist nur da, für rumzuschlendern. Mir ebenso. Bin zur Stelle. Mein Bogen ist euer. Sind auf dem Weg. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Ratte auf dem Weg in diese Richtung. Bin zur Stelle. Ach ja. Es ist schön, wenn das Spiel immer so funktioniert wie es soll. Also die erkennt uns nicht mehr als Feind. Die Truppen der Ratte greifen an. Eure Beliebtheit steigt. Ja, bei denen bin ich mir angefallen. Die erkennen die plötzlich als Feinde. Was soll denn das? Das hatte ich noch nie diesen Fehler. Tja, jetzt haben wir gerade alle. Jetzt haben wir gerade einen Schwarm tatsächlich ausgelöscht. Wir haben gleich. Das ist das letzte überlebende Rehe. Ah, okay. Ich wusste nicht, dass das passiert. Naja, wir geben uns größte Mühe, dass wir keine neuen sich ansiedeln, so wie es aussieht. Interessant. Das ist ja immer neu, dass sofort was Neues entsteht. Keine Veränderung in der Schatzkammer, Malort. Das Volk liebt euch, Malort. Mehr Bier. Ich bin zur Stelle. Jetzt sind wir bei über 70. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Ratte auf dem Weg in diese Richtung. Das ist so merkwürdig. Unsere Kühe werden von einer eigenartigen Krankheit dahin... Was habe ich denn gemacht, dass ich diesen Fehler aus... Ich meine, ich hätte jetzt keine Probleme, die abzuwehren wahrscheinlich. Wartet mal. Eine Botschaft von eurem Informanten. Die Truppen der Ratte greifen an. Die Mühle hat es auf jeden Fall erwischt. Was der Rest war, ich glaube, es war wahrscheinlich ein paar Trauereien. Was war das? Überbevölkerung habe ich, glaube ich, nicht. Wollen wir gleich feststellen. Wir haben Unterbevölkerung. Wir haben zwei Feuer gleichzeitig gehabt. Ich speichere nochmal. Und speichern. Und laden. Und laden. Und laden. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ja. So gefällt mir das. Und was. Bin ich schon.. 90 jetzt geht so richtig los hier also wenn sie hier durchkommen wollen dass also wahrscheinlich nicht schaffen die truppen kommen aber einzeln aber trotzdem geben sie mir ganz schön was hier hinten ist einfach nur todes die todeszone die könnte sogar entlegen einige schwertkampf oder pekiniere aufhalten hat auf dem weg in diese richtung warum der sich jetzt aufgelöst hat ich meine hinten ist ja auch okay ist gut diese langsam reagieren der tor ist also auch nicht so schön wir brauchen viel zu lange bis sie wieder geöffnet sind das war ja auch ein großes problem in stronghold per se da gewesen dass die wirtschaft von denen eigentlich teilweise viel zu lange frach liegt und sie deshalb kaputt gehen sobald er nur einzeln daten der jemer ist okay das sind sehr sehr viele leitern träger aber wir haben sie fast alle besiegt hier 80 ich hätte ja die kommen alle gleichzeitig das hätte gefährlich geworden umständlich hätte mal ich hätte geschafft aber warum alles was hier lang gelaufen wäre hätte ich keine chance die hätte ja einfach nur wieder geschossen okay wäre auch nicht schlecht wenn diese jetzt zurückziehen gleich weil es gibt eigentlich nichts was angreifen kann so wirklich der feind ist bezwungen okay und alle haben sie werden von einer eigenartigen krankheit dahin gestreckt entlegene dörfer sahen eine truppe der ratte auf dem weg in diese richtung jetzt fehlt es am hopfen bin zur stelle es werden rekruten benötigt sei aber die machen jetzt eigentlich keine angst mehr könnte einfach die bogenschutz die unten hinzustellen die truppen der ratte greifen an okay das erinnert jetzt so ein bisschen an den angriff des schweins in der mission als man durch das schwein das schwein territorium muss fest hat unsere burg eingesucht eure lordschaft unsere goldvorräte wachsen stetig sei ja es war nicht geschafft bin zur stelle es werden rekruten benötigt sei jetzt haben wir jetzt gut bestand botschaft von eurem informanten äh ihr könnt das nicht dort platzieren mein lord da brennt schneller das sind ein paar soldaten wo waren die hin ja sehr gut jetzt können wir den wall von hinten angreifen mein herr visiere an entlegene dörfer sahen eine truppe der ratten fast gleich starke richtung weil er schon verletzt ist hatte keine chance mehr doch noch was sagen warum die nicht ab hat dann träger alleine kann ich wirklich hat geschehen sieg zwei prozent truppen verloren und ein bier extra das war jetzt irgendwie also die beiden hier waren relativ leicht wenn ich mir das anschaue das war schwer das hier war schwer das hier war schwer das hier war schwer das ist ja auch so seine schwierigkeit aber die beiden waren echt leicht dann würde ich sagen das war jetzt bei stronghold für heute ich sage jetzt schauen mit wie ich klein tv und dann sehen wir uns das nächste aber wieder bei leute ich weiß gar nicht vielleicht schon nach dem urlaub noch nicht eine wird noch kommen während vor dem urlaub bei leute